Vor einiger Zeit habe ich ein Video darüber veröffentlicht, wie ich meinen eigenen Asperger-Autismus besiegt habe. Dieses Video hat euch sehr polarisiert. Ich habe viel Zuspruch bekommen, aber auch viel Kritik, insbesondere von jenen, die sagen, man kann Autismus nicht besiegen. Da dieses Thema sehr komplex ist, möchte ich in diesem Video noch einmal nachlegen und möchte ein paar Dinge sagen zur Prognose bei Autismus-Asperger-Syndrom. Natürlich werde ich mich wie in praktisch jedem Video wieder auf die offizielle Fachliteratur, die wir zu diesem Thema haben, beziehen. Dass ihr wirklich seht, dass sich meine Äußerungen zur Prognose mir nicht einfach aus den Fingern saugen. Da ich aber selbst Betroffener bin, meinen eigenen Lebensweg gegangen bin und seit 10 Jahren mit Menschen aus dem autistischen Spektrum zusammenarbeite, autistischer Gruppenleiter bin und somit natürlich schon sehr viele Schicksale in all den Jahren gesehen habe, viele von diesen Menschen jetzt auch schon seit bald 10 Jahren oder länger kenne, werde ich aber auch noch meine eigene persönliche Einschätzung zu diesem Thema geben. Ja, ist es überhaupt möglich, Autismus zu besiegen, wie ich gesagt habe? Das ist eine Frage, die wird uns als allererstes hier beschäftigen. Es ist nun einmal so, dass Autismus-Asperger-Syndrom per Definition eine tiefgreifende Entwicklungsstörung ist. Das bedeutet, dass eine gestörte Entwicklung vorliegt. Das bedeutet nicht, dass diese Entwicklung für immer stehen bleiben muss. Richtig. Auch Menschen mit Autismus-Asperger-Syndrom entwickeln sich natürlich in ihrem Leben weiter, ganz unabhängig davon, ob die Entwicklung gestört ist. Wie diese Entwicklung tatsächlich aussieht und welchen Einfluss diese Störung hat, ja, was mit dieser Störung tatsächlich passiert, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Bei manchen führt die Störung dazu, dass sich die ganze Entwicklung in eine andere Richtung entwickelt, als es bei Normalos, bei den sogenannten NTs, den Nicht-Autisten der Fall ist. Manche schaffen es aber vielleicht, einen Cut zu machen und sich in eine Richtung entwickeln, in die auch neurotypische sich entwickeln. Also diese Störung in gewisser Weise aufzuhalten, auszubügeln, wie auch immer. Wichtig ist es hierbei zu verstehen, dass man eine Diagnose auf Autismus-Asperger-Syndrom nur dann stellen darf. Das kann ich immer und immer wieder nur betonen, wenn tatsächlich für die betreffende Person ein Leidensdruck vorliegt. Entweder für sich selber, zumindestens aber für andere aus dem nahen Umfeld. Das ist so wichtig festzuhalten. Es gibt das Diagnose-Kriterium, dass das Störungsbild Autismus die betreffende Person sehr stark in seiner täglichen Funktionsweise einschränken muss. Wenn das nicht der Fall ist, wenn die Person nicht jeden Tag Funktionsbeeinträchtigungen hat, darf nach den offiziellen Diagnose-Kriterien Autismus-Asperger-Syndrom nicht als Diagnose gestellt werden. Wir finden dieses Diagnose-Kriterium nicht nur im DSM-5, sondern auch im ICD-10 und im ICD-11. Es ist so wichtig, das hier festzuhalten. Natürlich ist es richtig, dass bestimmte angeborene autistische Eigenarten, wie zum Beispiel eventuelle Gene, die dafür verantwortlich sind, dass man überhaupt Autist geworden ist, eventuelle neurologische Strukturen, die sich tief eingebrannt haben, die Neigung zu Mustererkennung, die Neigung zu Spezialinteressen, Probleme im zwischenmenschlichen Umgang, Defizite in der Empathie und so weiter und so fort. Es ist richtig, dass alle diese Symptome mit hoher Wahrscheinlichkeit, das wissen wir aus Studien, ich mache euch hier eine Einblendung, natürlich bis ins späteste Erwachsenenalter, ja bis ins Kreisenalter fortbestehen. Das bedeutet aber nicht, und das ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte, dass diese Symptome sich nicht so weit abbauen, korrigieren lassen, oder zumindestens, dass man mit ihnen so gut zurechtkommt, ja, dass man sich selber skillt, dass man immer durch seine Erfahrung besser mit seinen autistischen Eigenheiten zurechtkommt, dass man unter die Diagnoseschwelle einer Autismus-Spektrumsstörung fällt, beziehungsweise, dass die Diagnose nicht mehr gestellt werden dürfte bei einer erneuten Überprüfung, da ein Leidensdruck fehlt. Das ist so wichtig. Ich mache euch hier nochmal eine Einblendung aus dem Fachbuch für Diagnostiker von Ludger Thebats van Elst und seiner Crew vom, ja, Universitätsklinikum Freiburg. Dieses Buch wurde fast ausschließlich von den Leuten der Autismus-Fachstelle des Universitätsklinikums Freiburg geschrieben, der wirklich noch einmal darauf hinweist, dass die Diagnose Autismus ohne Leidensdruck nicht gestellt werden darf. Wenn wir also festhalten, dass man Autismus, ich sage einmal, ausbügeln kann, dass man Autismus überwinden kann, dann ist damit nicht gemeint, dass man seine angeborenen Eigenschaften, ja, dass man seine Gene irgendwie entsorgen könnte. Nein, es ist damit gemeint, dass man sich selber so weiterentwickelt in seiner Entwicklung, ja, seine tiefgreifende Entwicklungsstörung so weit auf ein höheres Level pusht, dass eine Diagnosestellung nicht mehr zulässig wäre und man somit nach offiziellen Kriterien ein NT wäre. Ja, zumindestens aber kein Autist. Und wenn das tägliche Funktionieren durch Autismus nicht mehr eingeschränkt ist, wenn kein Leidensdruck mehr besteht, ja, dann ist doch schon sehr viel gewonnen und ich denke, es ist zulässig zu sagen, dann habe ich Autismus besiegt. Und das ist auch genau das. Das ist der Weg, den ich persönlich gegangen bin und ich möchte diesen Weg gerne mit euch teilen. Ich weiß, dass sehr viele Betroffene resigniert sind, was die Gesellschaft anbelangt, was ihr eigenes Leben anbelangt, was ihren Autismus anbelangt. Aber Resignation ist immer ein schlechter Ratgeber. Ich möchte euch deswegen Mut machen und möchte euch sagen, ja, es ist möglich. Auch mein Leben war in der Vergangenheit maximal verfuscht. Ich hatte eine Abneigung gegen alle Menschen. Ich habe gesagt, ich hasse mein eigenes Leben. Ja, ich will nicht mehr leben. Ich hatte massive und starre Tagesroutinen, extreme Spezialinteressen. Ganz wenige Freunde, wenn überhaupt, habe unter starker Vereinsamung gelitten. Ich war wirklich ein heftig betroffener Autist. Und das alles habe ich geschafft auszubügeln. Ich sage es nochmal, das geht aber nicht mit Resignation. Das geht nicht mit Verweigerungshaltung. Ja, sondern man muss wirklich an sich selber arbeiten. Man muss wirklich versuchen auch, ja, sein Verhältnis mit der Gesellschaft, die nicht immer fair ist, das stimmt, die nicht immer korrekt ist, aber sein Verhältnis mit der Gesellschaft zu normalisieren. Und dann, wenn man das geschafft hat, wird man übrigens auch einen ganz anderen Rückblick auf sein eigenes Verhalten gewinnen und wird viele Positionen, zum Beispiel die Behauptung, die Gesellschaft ist so, so schlecht und benachteiligt Autisten so sehr, Autisten werden ausgegrenzt und so weiter und so fort, eventuell korrigieren und feststellen, dass diese Behauptung eigentlich gar nicht haltbar ist, sondern, ja, aus einer Fehleinschätzung entstanden ist, durch einen Tunnelblick auf die ganze Thematik. Lasst euch also bitte nicht demotivieren und vereinnahmen von jenen, die euch zureden, ihr solltet euch in eurem Autismus noch weiter verkapseln. Wir sehen es, schwarz auf weiß, ich mache euch hier die Einblendung aus der Fachliteratur, dass leider die Entscheidung, jetzt die autistische Sau richtig rauszulassen, maximal authentisch zu sein, jegliches sogenanntes Maskieren sein zu lassen, sich nicht mehr anzupassen, das ist eine Entscheidung, die viele, viele Betroffene ab einem bestimmten Punkt treffen. Aus Frust, aus Resignation, das sage ich nochmal und das sind leider schlechte Ratgeber, dass sie sagen, ich habe mich so lange versucht anzupassen, ich habe mich maskiert, ja, ich habe, ich war nicht mehr authentisch, ich habe meine Eigenheiten, meine autistischen Eigenheiten verleugnet, überspielt und so weiter und so fort, wollte es allen recht machen und das lasse ich jetzt sein. Ich lasse jetzt, ich sage es mal ganz plakativ, den Autisten richtig raushängen, passe mich gar nicht mehr an, ja, sehe sogar vielleicht die Gesellschaft und die Mitmenschen als Sündenbock für alles Leid, das ich erfahren habe und das ich auch jetzt noch erfahre. Ich verkapsele mich in meinem Autismus. Da muss man sagen, wir sehen hier schwarz auf weiß, dass dies ein prognostischer Negativfaktor dafür ist, sein eigenes Leben irgendwann auf die Kette zu bekommen, mit seinem Autismus besser zurecht zu kommen. Ja, sogar glücklich zu werden. Natürlich ist es falsch, sich übermäßig anzupassen, es allen recht machen zu wollen, ja, sich maximal zu verstellen. Aber das sagt doch auch niemand. Ich wüsste nicht, dass ich das jemals gesagt hätte. Es ist aber auch einfach falsch, sich jetzt plumpsen zu lassen. Nein, es geht darum, einen guten Mittelweg zu finden zwischen Anpassung und Authentizität. Denn sind wir mal ehrlich, sehr, sehr viele Betroffene, die sich in ihren Autismus, ich sage einmal fallen lassen, leiden ja trotzdem weiter. Diese Menschen sind dadurch nicht zufriedener. Sie fühlen sich eventuell auf eine gewisse Art und Weise entlastet, ja, weil sie sich dazu entschlossen haben, Frührentner zu werden. Ja, ich sage ganz bewusst entschlossen, denn viele haben ja mit Absicht sogar darauf hingearbeitet und sagen, ja, jetzt bin ich endlich Rentner und ich werde nie wieder arbeiten. Die sagen, ich werde mich jetzt nur noch mit anderen autistischen Menschen treffen und somit in eine Filterbubble reingehen. Ja, ich möchte mit der Gesellschaft nichts mehr zu tun haben. Wir haben sogar die abstrusesten Influencer im autistischen Bereich im Internet, sei es auf Twitter, sei es auf YouTube. Das geht sogar so weit, dass manche Autisten, das ist kein Joke und das sind auch keine Einzelfälle. Ja, man hört es und sieht es immer wieder, dass manche Autisten davon träumen, einen autistischen Staat zu errichten und nicht Autisten für niedrige Arbeiten einzustellen. Das muss man sich einmal vorstellen. Es gibt Autisten, ich habe da schon so viele Einblendungen gemacht, ich spare mir das an dieser Stelle, glaubt es mir bitte, die im autistischen Kollektiv, gerade im Internet, davon träumen, ja, irgendwann als Autisten einen Militärschlag gegen die Normalgesellschaft durchzuführen. Das muss man sich einmal vorstellen. Viele werden jetzt sagen, das ist ja Wahnsinn, das ist ja sehr, sehr kurios. Ja, das ist Wahnsinn, das ist kurios. Das ist die Endstation der Selbstverkapselung im eigenen Autismus. Ja, das passiert, wenn man sich dazu entscheidet, ich bin jetzt nur noch Autist und ich gebe nichts mehr auf die Gesellschaft. Ihr könnt mich alle mal. Ja, ich mache jetzt mein Ding. So werden dann viele, viele Leute und es muss klar sein, wer solche Fantasien hegt, der ist ja verhasst, der ist nicht zufrieden. Ganz viele sind in Wahrheit doch einsam, hätten in Wahrheit doch gerne Freunde, schämen sich in Wahrheit doch für ihren eigenen Autismus. Obwohl sie sich etwas anderes einreden, werden ja trotzdem von der Gesellschaft stigmatisiert und können diesen Konflikt nicht auflösen, außer mit Rückzug. Ja, macht es die Sache wirklich besser? Außerdem, ganz, ganz wichtig, haben viele von diesen Menschen einen Konflikt, weil sie ja nun einmal von der Gesellschaft, welche sie beschuldigen, böse zu sein, ja, schlicht und ergreifend abhängig sind von deren Leistungen, Sozialleistungen, an Zahlungen, ja, das geht fast in eine parasitäre Haltung hinein. Und diese parasitäre Haltung kann nur dadurch aufrechterhalten werden, ja, dass man diesen ganzen Umstand verleugnet. Denn niemand möchte gerne sich eingestehen müssen, ich esse, ich lebe, ich wohne auf Kosten anderer Menschen und leiste eben meinen Beitrag nicht zur Gesellschaft. Ich fühle mich in Wahrheit innerlich wertlos und ich gehe noch in diese wertlose Position rein. Das ist kein schönes Gefühl. Viele Autisten, welche sich in die Rolle des Ich bin der Autist, ich bin so anders, vielleicht sogar, ich bin behindert, ich bin der Behinderte und kann nicht arbeiten, ich kann nichts, ja, ich passe nicht in die Gesellschaft und so weiter und so fort, müssen permanent verleugnen, dass sie von der Gesellschaft, Achtung, hartes Trigger-Statement, durchgefüttert werden, dass sie alles von dieser Gesellschaft bekommen. Das ist ein Selbstbetrug. Es ist insbesondere dann ein Selbstbetrug, wenn man mit dem Finger auf diese Menschen, auf die angeblich so böse Gesellschaft zeigt, die einem das gesamte Leben finanziert und denen auch noch sagt, die sind schuld an meinem Leid, ja, das sind alles Schweine, ja, und so weiter und so fort. Sich selber als Opfer darstellen, sich selber in den eigenen Opferstatus hinein, einpushen, sich damit in moralischer Art und Weise erhöhen und sich eine Selbstrechtfertigung zu geben, mit dem Finger auf alles und jeden zu zeigen, diese Menschen zu beschuldigen, ja, obwohl man eigentlich von genau diesen Menschen 24-7 über Jahre hinweg durchgefüttert und unterhalten wird, ohne eben seinen eigenen Beitrag zu leisten. Das kann alles sein, wenn man seinen Beitrag nicht leisten kann. Wir müssen uns aber fragen, ob es sein sollte, wenn man sich dazu freiwillig entschließt, aus einer Verweigerungshaltung diesen Beitrag einfach nicht mehr zu leisten, obwohl man es eventuell könnte, oder die Möglichkeit, zumindestens Bestände, es in Zukunft zu können, weil man sich eben persönlich weiterentwickelt und man sich dazu entschließt, an sich selber zu arbeiten, an seinen eigenen Defiziten zu arbeiten, anstatt sich nur in ein autistisches Stereotyp rein zu plumpsen, rein plumpsen zu lassen, aus einer Verweigerungshaltung. Meine Freunde, warum erzähle ich das alles? Weil ich euch sagen möchte, dass viele, viele von den stereotypischen Autisten, ja, die sagen, ich bin gerne Autist, die Gesellschaft ist schuld, dass diese Menschen nicht glücklich sind, nicht lebenszufrieden sind, auch wenn sie häufig etwas anderes behaupten. Diese Menschen sind massiv vereinsamt und leben mit einer Lebenslüge in vielen, vielen Fällen. Das sollte man immer bedenken, wenn man sich dazu entscheidet, so zu leben oder eventuell, wie ich es jedem anempfehle, zu versuchen, sich persönlich weiterzuentwickeln und doch noch irgendwann seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Ich sage es nochmal, ich habe diesen Platz gesucht, ich habe an mir selber gearbeitet und ich habe es geschafft und ich garantiere euch, dass ich damit sehr viel zufriedener bin, als ich es früher war, als Randerscheinung der Gesellschaft. Die Überidentifikation mit dem eigenen Autismus, mit dem autistischen Rollenbild ist ein prognostischer Negativfaktor, dafür tatsächlich irgendwann mal ohne Selbstbetrug im Leben glücklich zu werden. Es gibt noch weitere Prognosefaktoren, die entscheidend dafür sind. Eine Sache, die ich schon immer und immer wieder erwähnt habe, ist die Körperpflege und die Hygiene. Wir wissen, dass viele Menschen mit Autismus nicht auf ihre Körperpflege achten. Das ist ein Fakt, erkennen wir immer und immer wieder, wenn wir mit vielen Autisten zu tun haben. Ungepflegte Haare, nicht regelmäßig duschen und waschen, nicht viel Wert legen auf Klamotten, sich nicht auch einmal schick machen und so weiter und so fort. Die einen tun es aus Verweigerungshaltung, die anderen tun es aus Unwissenheit, eventuell, weil sie es unterschätzen, wie wichtig ein gepflegtes Auftreten, ja und vielleicht auch mal ein schickes Auftreten in der Gesellschaft ist. Wir sehen aber, dass dies auch ein Negativfaktor dafür ist, ja, der es uns erschwert, irgendwann uns selber zur Blüte zu bringen. Deswegen achtet bitte auf eure Körperpflege, insbesondere regelmäßig duschen, waschen, ja nicht schlecht riechen. Das hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Hey yo, der möchte schon neben jemandem sitzen, der vielleicht schlecht riecht oder ungepflegt aussieht. Es ist einfach nicht ästhetisch und es ist einfach auch hinderlich beim Knüpfen von Freundschaften und insbesondere ja beim Knüpfen von Paarbeziehungen. Eine Sache, die viele Autisten lange, lange Zeit überhaupt nicht auf die Kette kriegen. Und ungepflegt sein ist leider einer der Faktoren, die dafür verantwortlich sind. Auch das Vorlegen einer ADHS-Störung, also ein Aufmerksamkeit-Defizitsyndrom zu haben, grundsätzlich sich nicht konzentriert und lange an einer Sache arbeiten zu können, ist ein ebenfalls, ja, Faktor, der für die Prognose sehr, sehr negativ ist. Nicht zuletzt, und das ist leider eine Sache, an der wir tatsächlich nicht viel ändern können, ist eine Intelligenzminderung natürlich sehr, sehr nachteilig dafür, seinen Autismus irgendwann überwinden zu können. Das ist so. Wer eine geminderte Intelligenz hat, hat nicht die Möglichkeit, aus einer Vogelperspektive seine eigenen Probleme, sein eigenes Syndrom, seine eigene gesellschaftliche Position, ja, die ganzen Fakten, die ganzen Dinge, die es tatsächlich gibt, zu erkennen und zielgerichtet mit den richtigen Kniffen, Einstellungen, Tricks und so weiter daran zu arbeiten. Das ist ein Fakt. Wir haben nicht die Möglichkeit, unseren Autismus zu kompensieren, wenn wir eine Intelligenzminderung haben. Das ist eine Sache, die finden wir in der Literatur, ist auch kein Geheimnis. Natürlich, hochfunktionale Autisten haben es sehr viel leichter, irgendwann ihren Autismus durch Eigeninitiative insbesondere auszubügeln. Hochfunktionale Autisten machen natürlich auch mehr Lernerfolge im sozialen Umgang. Das alles sind Sachen, da haben es Menschen mit einer Intelligenzminderung natürlich schwer. Und ich wiederhole es noch einmal, was ich in meinem Video, als ich gesagt habe, ich habe meinen Autismus besiegt, schon gesagt habe, wo mir gesagt wurde, es stimmt einfach nicht, dass jeder die Möglichkeit hätte, einfach seinen Autismus zu besiegen. Ich habe auch an diesem Video bereits gesagt, das ist natürlich immer vom Individuum und vom Einzelfall abhängig ist und das natürlich Menschen, die entweder ultratief im Spektrum stecken oder eine Intelligenzminderung haben oder eventuell sogar beide natürlich sehr viel weniger Möglichkeiten haben, sich zu entwickeln als ein hochfunktionaler Autist, vielleicht sogar noch aus einem guten Elternhaus, der immer Unterstützung bekommen hat mit einer hohen Intelligenz, ja, der eventuell von Anfang an auch gar nicht so tief im Spektrum steckt. Das ist doch kein Geheimnis, wenn wir jetzt jemand sind, der gerade so die Autismusdiagnose bekommen hat, weil er nur ein ganz bisschen autistisch ist. Diese Person hat es natürlich sehr viel einfacher durch ein bisschen Arbeit an sich selbst oder den normalen Reifungsprozess innerhalb von 10, 20, 30 oder lasst es 40 Jahre sein. Es ist mir jetzt egal, an dieser Stelle unter die Diagnoseschwelle zu fallen und dann einfach irgendein, ja, NT zu sein. Ein NT mit autistischen Zügen vielleicht, ja, oder einfach nur ein Nerd. Wobei ich an dieser Stelle nochmal sagen muss, nicht alle Autisten sind Nerds und nicht alle Nerds Autisten. Aber wir müssen doch auch ganz ehrlich sagen, dass die allermeisten Betroffenen, die dieses Video gucken, Ja, du, mein Freund, meine Freundin, mit aller höchster Wahrscheinlichkeit keine Intelligenzminderung haben wirst. Ja, und es ist auch sehr häufig, dass Zuschauer von mir, das sehe ich auch immer wieder in den Kommentaren, nicht ultra krass im Spektrum sind, sondern eher leicht betroffen sind. Es ist zum Beispiel ein Fakt, dass man weiß, dass statistisch gesehen, nicht den Einzelfall angenommen, aber von der gesamten Statistik her, Menschen, die später diagnostiziert werden, natürlich leichter im Spektrum sind als Menschen, die eine Diagnose sehr, sehr früh bekommen haben. Weil wer stärker im Spektrum ist, ist natürlich auffälliger, hat es natürlich schwieriger, seine autistischen Symptome unsichtbar zu machen, ja, und wird deswegen natürlich schneller diagnostiziert, eckt natürlich härter an in der Gesellschaft, wird deswegen früher, vorstellig im Gesundheitssystem, in der Psychiatrie, ja, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Man muss wirklich ganz klar sagen, gerade Leute, die ihre Diagnose vielleicht erst mit 40 bekommen haben, sind meistens die Autisten, die relativ leicht betroffen sind, ja, die genau auf der Schwelle sind zwischen einem Menschen ohne Autismus, mit autistischen Zügen oder vielleicht einfach nur ein bisschen nerdy und jemandem, der sich tatsächlich zu Recht mit einer rechtmäßigen, nach strengen Diagnose, diagnostischen Standards, durchgeführten Diagnose im Spektrum befinden. Deswegen muss ich auch sagen, haben die wenigsten von euch eine Ausrede dafür, ihren Autismus nicht auszubügeln. Und ich möchte behaupten, dass es zu einem gewissen Teil, das wird jetzt viele von euch triggern, weil es ein verdrängtes Problem, einen verdrängten Konflikt in vielen Leuten von euch, ja, antatschen wird, anfassen wird. Aber ich möchte noch einmal sagen, wenn ihr Konflikte verdrängt habt, die ich jetzt anspreche, ist das eine Sache in euch. Ich bin nicht der Schuldige, weil ich hier schlicht und ergreifend Ungeheuerlichkeiten von mir gebe, ja, sondern es ist ein Konflikt in euch, den ihr verdrängt habt. Nämlich, dass meiner persönlichen Meinung nach jeder als Mensch eine gewisse, ich möchte mal sagen, Pflicht und Verantwortung dafür hat, zuzusehen, seine autistischen Defizite, auch wenn sie angeboren sind, auszubügeln, wenn das im Rahmen seiner Möglichkeiten steht, ja, ich sage nicht, dass man sein gesamtes Leben nur darauf ausrichten muss, ich sage nicht, ja, dass man nur für andere leben muss, ja, dass man, nur weil man eine angeborene Störung leider mitbekommen hat auf den Lebensweg, jetzt, dass der Lebenszweck jetzt darin bezieht, besteht, das auszubügeln und es allen recht zu machen, natürlich nicht. aber in einem gewissen Rahmen hat doch jeder die Verpflichtung, zumindestens daran zu arbeiten, zuzusehen, ein guter Mensch zu sein, ja, ein angenehmer Mitmensch zu sein und auch seinen Beitrag, wenn man, wenn man es leisten kann, für die Gesellschaft zu erbringen, denn nochmal, sehr viele Betroffene werden, die harte Formulierung an dieser Stelle, von der Gesellschaft, die sie verurteilen, durchgefüttert, bekommen die Wohnung bezahlt, ganz, ganz wichtig, ja, wir kommen das ganze Leben von dieser Gesellschaft finanziert und die wenigsten meiner Zuschauer sind wahrscheinlich so autistisch oder intelligenzgemindert, dass es keinen Grund gäbe, an sich selber zu arbeiten und wie gesagt, sind wir ganz ehrlich, gesteht es euch bitte ein, so richtig glücklich seid ihr nicht. Viele von euch sind latent frustriert, sind schlecht gelaunt, haben Groll, Neid, auch ganz, ganz wichtig, Neid und Eifersucht auf andere, auf Menschen, die vielleicht besser verdienen, die mehr Anerkennung bekommen, sportlich gute Leistungen erbringen, was weiß ich, oder einfach viele Freunde haben oder einen tollen Partner, Sexualität, ganz, ganz wichtig, das sind Sachen, die sehr viele Betroffene nicht haben und gesteht es euch bitte ein, wenn es so ist, verdrängt es nicht, denn sonst werdet ihr aufgrund dieser Verdrängung für den Rest eures Lebens eben so unglücklich und frustriert sein und da möchte ich gerne die Zuschauer meines Kanals vor bewahren und möchte euch davor warnen in autistischen Filter babbeln, das betrifft auch autistische Internetforen, ja, euch dazu verkapseln und festzufahren, das würde ich euch gerne ersparen, weil es auch schlicht und ergreifend, dass es jetzt meine persönliche Meinung und Selbstaussage nicht nötig ist, denn, und das ist der letzte große Negativfaktor, den ich in diesem Video ganz dringend benennen möchte, sehr viele Menschen mit Autismus sind traumatisiert worden in ihrer Vergangenheit, Mobbing-Erfahrung, das ist natürlich gemobbt werden, traumatisiert worden sein, das sind natürlich Negativfaktoren, was die Prognose anbelangt, denn das kann das Funktionsniveau noch weiter reduzieren, ich habe aber in der Vergangenheit schon sehr, sehr häufig präzise ausgeführt, dass Eigenschaften wie Perfektionismus, dass Eigenschaften wie Reizfilterschwäche von vielen Fachleuten nicht als angeborene autistische Kernsymptome beschrieben werden und das ist auch nicht meine Ansicht, sondern dass das Traumafolgeschädigungen sind, das heißt aber, wenn es sich dabei um Traumafolgeschädigungen handelt und nicht um ein, ich sage einmal genetisches Schicksal, dass wir zum einen die Möglichkeiten natürlich haben, so gut es geht, Traumatisierungen zu vermeiden, da sind häufig auch die Eltern und die Lehrer und so weiter in der Verantwortung, das ist völlig klar, niemand sucht sich seine Trauma selber aus, dass wir aber durch Arbeit an uns selber auch die, ja, die negativen Folgen von Traumata bearbeiten, aufbrechen, abbauen können durch eine Psychotherapie zum Beispiel oder durch Persönlichkeitsentwicklung, dass wir aber leider in diesen autistischen Filter Bubbles jetzt auf Twitter, in irgendwelchen Foren, auf Instagram und auch auf YouTube in den wenigen tatsächlich einschlägigen Kanälen, dass sich sogar in diese autistischen Begleitstörungen wie Perfektionismus und insbesondere auch Reizfilterschwäche immer und immer weiter reingepusht wird. Ich habe es schon tausendmal gesagt, in den Diagnose-Kriterien von Autismus immer wieder, muss ich das hier sagen, sind sensorische Auffälligkeiten ausschließlich im DSM-5 überhaupt aufgeführt, nicht im ICD-10, nicht nach den Jillberg-Kriterien und auch nicht nach dem brandneuen ICD-11. Nochmal, sensorische Auffälligkeiten und dazu gehören natürlich auch Reizfilterschwächen sind überhaupt gar nicht in den Diagnose-Kriterien drin, außer im DSM-5 und auch Edward gibt an, dass zwar Kinder in aller Regel darunter leiden, bei denen Erwachsenen aber meistens nicht mehr so ist. Und auch in meiner autistischen Gruppe habe ich schon häufig die Frage gestellt, Umfragen gemacht, die wenigsten der erwachsenen Autisten geben an, noch Probleme mit Reizempfindlichkeit und so weiter zu haben. Ja, deswegen pusht euch bitte nicht rein. Ich sage nicht, dass du, der jetzt gerade dieses Video schaust, du als Einzelperson keine autistische Reizfilterprobleme hat, keine sensorischen Auffälligkeiten hat. Steiger dich aber auch bitte, wenn du diese Probleme hast, nicht noch zusätzlich rein, weil du glaubst, alle Autisten hätten das. Ja, ich habe schon mehrfach hier erklärt, warum gerade Reizfilterprobleme Traumafolgeschädigungen sind und kein autistisches Schicksal, wer zum Beispiel von kleinen, selektiven Geräuschen sich extrem gestört fühlt, weil er die nicht ausfiltern kann, zum Beispiel, wenn er schlafen will, ja, aber von lauter Musik, die er sich selber aufdreht, die er selber auswählt, oder im Kinosaal und so weiter keine Ohrenschmerzen bekommt, hat kein sensorisches Problem mit überempfindlichen Ohren, sondern hat ein Problem, was selektiven Fokus, ich sage einmal, hereinsteigern auf bestimmte akustische Signale, Reize anbelangt und das ist häufig ein psychologisches Problem und kein Problem von autistischen Kerneigenschaften. An diesen psychologischen Problemen können wir aber arbeiten, es wird nicht besser dadurch, dass wir uns da reinsteigern. Ich habe Kommentare bekommen, dass manche Autisten den Strom durch die Kabel fließen hören, das müssen wir uns vorstellen, wir haben Betroffene, die scheinbar ihr Ohr an irgendwelche Kabel halten, was weiß ich, das Kabel von ihrem Staubsauger, ja, was weiß ich und angeben, sie würden den Strom durch die Kabel kriechen hören. Ich möchte euch bitte ermahnen, kritisch, selbstkritisch, auch Autismus szenekritisch zu reflektieren, ob das nicht eventuell eine Hineinsteigerung in das Thema Reiz, Filter, Schwäche und empfindliche Ohren ist. Ich persönlich höre nicht den Strom durch die Kabel fließen und ich gehe auch nicht auf die Knie und halte mein Ohr an irgendwelche Kabel, das muss man ganz klar sagen. Auch Perfektionismus, autistischer Perfektionismus beziehungsweise Perfektionismus als Begleitstörung autistischer Syndrome lässt sich aufbrechen. Daran kann man arbeiten. Ich habe auch zum Thema Perfektionismus schon viele Videos gemacht, warum Autisten häufig Perfektionisten sind beziehungsweise werden. Schaut euch diese Videos an. Eins dieser Videos zum Thema Perfektionismus verlinke ich euch jetzt gleich im Abspann zu diesem Video. Ihr müsst nicht auf meinem Kanal danach suchen, sondern könnt jetzt gleich in wenigen Sekunden einfach auf das Video klicken. Das ist das obere Video auf der linken Seite, das ihr seht. Ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit für dieses Video. Ich hoffe, dass ich das ganze Thema Autismus überwinden und ausbügel noch ein bisschen besser erklären konnte, den einen oder anderen inspiriert habe, eventuell auch ermutigt habe, doch nochmal seine eigenen Symptome Autismus betreffend anzugehen. Das ist zumindest meine persönliche Empfehlung. in irgendeiner Weise in diese Richtung zu arbeiten. Zumindest habe ich aber euch als meine Zuschauer wenigstens unterhalten. Wenn du dich für solche Videos interessierst zum Thema Autismus, wie gesagt, ich bin selbst diagnostizierter Autist, ich bin autistischer Gruppenleiter seit vielen, vielen Jahren, ich biete Beratungen an, ich bin als Berater tätig für Menschen mit Autismus, ja, dann abonniere gerne diesen Kanal, check dir alle meine Videos zum Thema Autismus rein. Wenn du mich und dieses YouTube Projekt hier unterstützen möchtest, werde sehr, sehr gerne Kanalmitglied, ich mache auch zumindest einmal im Monat eine Q&A nur für Mitglieder. Für heute muss es das gewesen sein, hier habt ihr das Video zum Thema Perfektionismus und Persönlichkeitsentwicklung bei Autismus einfach draufklicken, auschecken und wir sehen uns beim nächsten Mal.